Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video. Heute wird es mal keine Aktien-Schau geben bzw. erst zum späteren Zeitpunkt. Heute werden wir uns mal FP Markets angucken. Das ist eine Trading-Plattform, die wir euch heute vorstellen möchten. Auf einen zweiten Account machen wir um einiges mehr mit Trading. Wenn euch also Trading interessiert, könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen. Dann kann man auch mal sehen, wo könnte man vielleicht gut long und short gehen. Und um das Ganze umzusetzen, braucht man natürlich auch einen Broker. Und dafür ist FP Markets eventuell für den einen oder anderen was von euch. Deswegen würde ich sagen, ohne jetzt ganz groß drum rum zu reden, fangen wir jetzt einfach direkt an. Und zwar mit FP Markets. Das Video, wie gesagt, gesponsert von denen auch. Wir gucken uns jetzt einmal ganz kurz hier die Übersicht an. Letztendlich so sieht es aus, wenn ihr auf die Seite kommt. Und so ein paar Kleinigkeiten werde ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bevor wir gleich mal ins Overlay gehen. Und zwar können wir jetzt hier einmal sehen, wichtige Sachen, wie ich zumindest finde, sind, die Spreads sind sehr, sehr gering. Dann haben wir einen provisionsfreien Handel. Das heißt also, ihr zahlt diesen Spread in dem Sinne, aber ihr zahlt jetzt nicht noch Geld zusätzlich drauf. Es gibt ja dann doch den einen oder anderen, wo man da nochmal einen Euro oder zwei Euro oder zehn Euro, wie auch immer, nochmal draufzahlen muss pro Order. Dann haben wir hier einen maximalen Hebel von 500. Kann man aber auch niedriger machen, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Klar, eine Unterstützung jederzeit. Und ein Mikro-Lot-Handel. Das heißt also, man kann relativ klein oder mit relativ wenig Geld auch handeln. Zeige ich euch dann auch gleich alles nochmal. Wichtig dazu auch nochmal zu sagen ist, und das können wir jetzt auch uns direkt einmal angucken, wenn wir jetzt hier einmal ganz kurz zu rüberspringen, wie der Broker reguliert ist, ist ja doch vielleicht für den einen oder anderen relativ wichtig, dass auch die BaFin dabei ist. Auch wenn nicht immer alles gut gelaufen ist bei der BaFin, nichtsdestotrotz hat man dann letztendlich einen Ansprechpartner, beziehungsweise auch jemand, der das Ganze überprüft. Da könnt ihr natürlich auch sehen, die FCA in England zum Beispiel macht das Ganze und ihr könnt das hier letztendlich einfach auch einmal euch durchlesen, wer das Ganze alles reguliert oder unter welchen Regularien das Ganze läuft. Deswegen, das finde ich zumindest sehr, sehr wichtig, wenn man dann auch sein Geld dort anvertraut, dass dort auch was gegeben ist und das Ganze nicht einfach nur, ich sag mal, unreguliert läuft dafür das Ganze. Also sehr wichtig. Springen wir mal zum nächsten Punkt, was bietet FP Markets eigentlich bis auf die sehr niedrigen Spreads? Klar, man muss ja auch irgendwas traden können, das könnt ihr sehen, Forex, also anders gesagt, Währungen, Aktien brauche ich jetzt nicht erklären, Indizes heißt also zum Beispiel Sachen wie den Nasdaq, also den US 100, den US 500, also den S&P 500 und so weiter und so fort. Rohstoffe, glaube ich, brauche ich jetzt auch keinem erklären, Öl und so weiter und Kryptowährungen ist ebenfalls klar, Bitcoin, ETC. Aber bevor wir dann wirklich auf die Plattform an sich zugreifen, gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das Ganze in den Einstellungen, in Anführungszeichen, oder im Profil aussieht. Ihr seht das hier schon, wir sind jetzt bei FP Markets drinnen, in den Einstellungen letztendlich. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, ich habe schon mal mehrere Accounts, halt offensichtlich einmal zwei Demo-Accounts, da können wir auch gleich nochmal reingehen und einen kleinen Trade einfach sonst mal machen, dass ich das einmal vorführe, wie das Ganze aussieht. Da haben wir einmal den MetaTrader 4, den MetaTrader 5, einmal jeweils den Demo-Account und einmal einen echten Account, sowohl auch einmal MetaTrader 4 als auch MetaTrader 5. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Hebeln, denn das ist unter anderem eine Sache, die ihr hier also einstellen könnt. Ich hatte ja gerade gesagt, bis zu 500 können wir einen Hebel machen, da können wir hier einmal in die Einstellung gehen, Change Leverage, also die Hebelkraft, 1 zu 1 übersetzt mehr oder weniger. Dort können wir dann einmal raufgehen und dann können wir hier einmal sehen, aktuell sehen wir hier einen Hebel von 1 zu 100 eingestellt. Das können wir jetzt hier dran ändern, also sowohl gar keinen Hebel, letztendlich mit 1 zu 1, aber wir können halt auch bis zu 500 gehen und ihr könnt das jetzt halt einmal sehen, einfach anklicken und dann könnt ihr das Ganze hier einmal speichern. Dann können wir uns hier nochmal ganz kurz angucken, was die Methoden eigentlich sind, um einzuzahlen. Das ist auch relativ einfach so. Ich würde sagen, so der absolute Standard ist dabei, Visa, Mastercard, aber zum Beispiel auch einfach eine Banküberweisung, aber selbstverständlich auch Kryptowährung. Das heißt also, das kann man hier alles machen. Auszahlung ist zum Beispiel auch kostenlos, wenn man das Ganze über die Kreditkarte wieder macht. Das heißt also, dort gibt es keine Gebühr und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Konten und zwar zu den Demokonten. Das möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Hier habt ihr jetzt also die Demokonten. Hier könnt ihr jetzt nochmal natürlich auch die Balance beziehungsweise das, was ihr jetzt drauf habt an Geld ändern, wenn ihr damit dann rumspielen wollt. Das könnt ihr hier jetzt also einmal machen. Außerdem könnt ihr natürlich auch im Demokonto, wenn ihr das gerne machen möchtet, also wenn ihr vielleicht erstmal probieren möchtet, spielen möchtet, dann könnt ihr das hier zum Beispiel auch machen. Da könnt ihr dann hier ebenfalls also den Hebel wählen, damit ihr vielleicht auch hier erstmal euch ein bisschen reintraut oder zum Beispiel auf dem richtigen Account, in Anführungszeichen, also wo man Echtgeld benutzt, einfach vielleicht ein bisschen niedriger und auf dem Demokont dann einfach mal probieren, was dort alles so passiert. Heißt also, das wäre ebenfalls sehr, sehr interessant oder ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Gerade mal zum Testen, wenn man dann vielleicht mal einen Ticken höheren Hebel testen möchte, wenn man vielleicht auch noch nicht so viel getradet hat, wäre das doch durchaus mal was. Und damit würde ich jetzt sagen, springen wir einfach mal auf die Plattform. Und das könnt ihr sehen, da oben kann man einmal auf WebTrader gehen. Ich springe jetzt gleich in den anderen Tab, weil ich mich schon angemeldet habe. Ansonsten müsst ihr euch dann nur mit der Kontonummer, die ihr halt quasi hier im Overlay seht, die hier jetzt also quasi ausgeblendet ist, damit halt einfach anmelden. Hier sind wir jetzt also mal auf dem Demo-Account. Ich habe hier mal aus Spaß einfach mal zwei Sachen eingekauft. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ihr seht jetzt hier also den Account und jetzt könnt ihr hier einmal also erkennen, wir sind jetzt hier einfach mitten im Chart letztendlich. Hier könnt ihr jetzt natürlich mit traden, dementsprechend also auf dem Chart basierend, wenn ihr das dann gerne möchtet. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es unbedingt wollt, natürlich auch einen anderen Chart irgendwo live benutzen und dann hier einfach nur hinspringen und hier kaufen und verkaufen. Kann ihr jetzt zum Beispiel auch nochmal alle anzeigen. Hier seht ihr jetzt halt also unter anderem Volkswagen, Google natürlich, aber zum Beispiel auch, wie ich schon angekündigt hatte, Forex. Selbstverständlich gibt es dann hier jetzt auch noch andere Sachen. US 30, also der Dow Jones, Euro 50, Frankreich. Aber selbstverständlich als Beispiel auch den Nasdaq. Da können wir jetzt hier einfach mal auf rechte Maustaste gehen. Chartfenster und hier sehen wir jetzt einmal den Nasdaq, wie er gerade läuft. Hier können wir zum Beispiel einmal sehen, was ich jetzt gemeint hatte. Hier können wir die Lots einstellen. 0,01 zum Beispiel, das kann man jetzt natürlich immer höher drehen, wie man das gerne möchte. Unter 0,01 funktioniert natürlich nicht, aber man kann zumindest mit 0,01, können wir jetzt mal als Beispiel sagen, das Ganze ist jetzt natürlich nicht wirklich darauf vorbereitet, aber wir haben hier vielleicht einen leichten Widerstand und deswegen sagen wir jetzt einfach mal Sell. Das heißt also, wir gehen darauf, dass der Markt verliert, beziehungsweise, dass dein Nasdaq jetzt erstmal fällt und dann können wir hier sehen, wir haben hier die Order drin. Anders gesagt, wir sind jetzt also gerade investiert und dann können wir natürlich, wenn wir das Ganze wieder schließen wollen, also wenn wir das Ganze wieder verkaufen wollen, können wir das Ganze hier nochmal schließen. Hier sehen wir dann übrigens auch nochmal genauer den Spread, den sehen wir natürlich hier auch. Hier können wir nochmal etwas genauer erkennen, wie er auch läuft und dann können wir hier unten die Position einfach schließen. Das heißt also, jetzt haben wir die Position schon geschlossen, hätten jetzt natürlich in der Theorie Gewinn machen können. Ich habe jetzt nicht ganz genau drauf geachtet, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Verlust gemacht. Jetzt nichts Großartiges, aber letztendlich ein paar Cent, zwei Cent sind dabei jetzt drauf gegangen, war ja aber auch eher nur mal so zum Demonstrieren und das könnt ihr jetzt hier also überall machen. Das heißt also, ihr könnt jetzt hier natürlich auch woanders hingehen, zum Beispiel der Deutsche, also der DAX gerade. Da seht ihr dann jetzt also wie das Chartfenster, könnt ihr übrigens auch einstellen. Wir können das jetzt zum Beispiel, M steht natürlich für Minute, H für Hour, also für Stunde, Tag und Woche, beziehungsweise Monat. Ihr könnt dann natürlich auch hier den Minutenschart euch einstellen, genauso wie ihr jetzt natürlich hier Unterstützung, Widerstände und so weiter auch selber einzeichnen könnt, wenn ihr das wollt, als Beispiel jetzt so in diese Richtung, wo wir jetzt hier immer aufgehalten wurden. Das heißt also, hier könnt ihr jetzt auch noch natürlich mit arbeiten. Jetzt könnte man hier zum Beispiel wieder sagen, ich möchte jetzt kaufen, ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt hier tatsächlich drüber kommen und dann letztendlich ist es genau das gleiche Spiel hier jetzt wieder. Jetzt können wir die Positionen hier natürlich wieder schließen. Können übrigens auch einen Stop Loss, beziehungsweise Take Profit machen. Das heißt also, wir können jetzt hier zum Beispiel einen Stop Loss einstellen. Ich möchte bei 10 Euro Verlust gerne, dass das Ganze verkauft wird oder wenn ich 10 Euro Gewinn habe, dann möchte ich gerne, dass meine Position ebenfalls verkauft wird mit Gewinn. Außerdem müsst ihr natürlich nicht nur einen Typ Marktausführung nehmen, sondern ihr könnt jetzt auch zum Beispiel entscheiden, ich möchte einkaufen als Beispiel jetzt. Wir kommen hier über diesen Widerstand drüber, der, naja, ich sage jetzt mal als Beispiel Widerstand, zum Beispiel in Richtung, sagen wir mal knapp 14.350 Punkte und dann möchte ich gerne, wird die Order, die Long Order ausgeführt? Das könnt ihr also auch einstellen. Können jetzt hier nochmal wieder das Ganze schließen. Um das jetzt auch nochmal zu demonstrieren, da können wir dann jetzt wieder hier rauf gehen, neue Order erstellen. Nicht Marktausführung, sondern Pending Order, in dem Fall Buy Stop. Wir wollen ja hier oben einkaufen und dann sagen wir zum Beispiel zum Preis von 14.350 Punkten, wenn der DAX dort ist. Dauert das natürlich ganz kurz und dann sehen wir hier, die Order war erfolgreich. Das heißt also, wenn wir jetzt hier drüber kommen, in diesen Bereich, wo das gerade grün gestrichelt ist, dann wird diese Order ausgeführt und hier, wenn wir dann zum Beispiel nicht da sind, können wir das Ganze nochmal ändern und hier können wir natürlich auch jetzt einen Stop-Loss einstellen. Das heißt also, auch hier können wir jetzt sagen, zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass wir dann hier rüber kommen und setze meinen Order direkt so. Wenn wir dann hier unter diese 14.320 kommen, als Beispiel Richtung 14.300, also in diese Richtung hier, dann möchte ich, dass die Order wieder verkauft wird. Damit könnt ihr dann schon im Vornherein die Widerstände und auch die Unterstützung euch einstellen, dass ihr dann währenddessen nichts großartig mehr machen müsst. So, das können wir jetzt einmal löschen, weil es nur ein Beispiel war. Aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihr euch jetzt registrieren wollt, dann könnt ihr gerne das über unseren Link machen. Das würde uns auf jeden Fall freuen, würde uns auch im Übrigen unterstützen. Der Link ist sowohl in der Videobeschreibung als auch in den Kommentaren. Also macht das ganz gerne mal. Wenn ihr mehr zum Trading auch noch sehen wollt, könnt ihr gerne auf unseren anderen Kanal gehen, auf unseren Zweitkanal. Dort machen wir jeden Tag Content zum Trading. Das heißt also, da gucken wir uns jeden Tag mal ein paar Charts an und da könnt ihr dann dementsprechend auch vielleicht das ein oder andere noch mitnehmen, um dann eventuell hier mal den einen oder anderen Euro Gewinn mitzunehmen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken und kommentieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.